Hallo meine Lieben und ja, ich bin's wieder, eure Mina Stein und das hier ist ein kleines, ganz kurzes Video. Und ja, in diesem Video wollte ich nochmal, also wollte ich jetzt sagen, schreibt mir unter diesem Video ganz, ganz viele Aufgaben und Fragen in die Kommentare, weil ich eine Wahrheit oder Pflicht-Challenge oder so drehen will. Und ja, ich bin aus dem Atem und ja, wenn ihr die Idee gut findet, könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben geben und ja. Ja und schreibt mir auch unter diesem Video ganz viele Challenges oder irgendwelche Video-Ideen in die Kommentare, weil ja, ich hab irgendwie gerade gar keine Ideen mehr und ja. Das war's jetzt eigentlich, glaub ich, mit diesem Video und ja, ich hoffe, dass ich diesen Wahrheit oder Pflicht-Tag oder Challenge drehen kann. Und ja, dann hoffe ich, dass auf jeden Fall, naja, da brauche ich eure Hilfe auf jeden Fall und ja dann. Und ich hatte gerade bemerkt, dass der Titel etwas dramatisch ist. Zu dramatisch. Ich brauche eure Hilfe. Naja, bitte nehmt den Titel nicht so ernst und guckt euch dennoch das Video an. Na toll, das sag ich am Schluss. Egal. Dann bis bald. Bye.